Richtig ist 25. Nicht nur ist bald der gesamte Fahrzeugpark elektrifiziert, die BMW-Gruppe schaut auch stark auf Nachhaltigkeit in der Produktion und im Recycling. Die Verwendung von Kobalt ist stark eingeschränkt und auf seltene Erde wird komplett verzichtet. Ebenfalls kommt jede Fahrzeugbatterie ein zweites Leben über in einem stationären Speicherort.